Wo heißt? Wow! Und das habe ich auf Aufnahme! Das ist so geil! Ohne wenigstens! Das ist so geil! Er poppt die Kuh aus dem Bild! Das geht's doch gar nicht! Go Ninja! Go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Konnichiwa und Ninjas da draußen! Heute zu einem neuen Projekt und zwar Minecraft Day! Zusammen mit Julia Trin, Onkel Poppy, Schnigge, Chiron... Mit einem Chirurgen! Jawohl! Ich habe schon ein bisschen was im Tee! Heute zu Minecraft Pop die Kuh! Genau! Und ja, zu unserem kleinen Minecraft Projekt... Achso, warte, 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 warte! Du hast ja uns aufgehört... Ich muss noch was sagen! Was musst du denn? Hallo! Ja, genau so ungefähr! Hallo! Hallo! Ja, zu einem kleinen Minecraft Kreativprojekt nennen wir es jetzt mal, oder? Ja! Chill... Chillbärbaum... Langzeit... Gedön! Husch! Husch... Husch die Kuh... Husch... Hust! Hast du auch so dein Fabel für die Kuh, ne? Husch! Ah, meine Arme... Und so nah reingesucht! Die Arme Kuh... Ja, irgendwie schon! Ist man nicht mehr gewohnt, wenn man mal ein Jahr oder so nicht mehr spielt! Ah, und ja, wir werden jetzt hier die nächsten Folgen, Wochen, Monate, Jahre hier eine Stadt bauen! kommen wir, was ich wolle. Zumindest versuchen wir es. Ja, so gut es geht. Wir haben auch versucht, so viele wie mögliche kreative Bots mit reinzunehmen, dass wir auch dekorativ uns ein bisschen auslassen können. Und Minecraft kann auch rund bei uns in den Bots. Damit es nicht zu langweilig wird, müssen wir die Stadt nur hier auf dieser Plattform bauen. Cool. Dieser ist mein Haus. Wird sicherlich funktionieren. Hier ist der Spawnpunkt, den wollte ich markiert haben. Schlicht oder greifend. Ich würde mal sagen, wir legen da mal los, oder? Mama? Warum ist meine Minimap viereckig? Äh, keine Ahnung. Weil du es eckig gestellt hast. Und warum habe ich ein Küchenmalt? Weil du Hunger hattest. Schlicht oder greifend. Wir haben auch alle am Anfang ein ME-System. Oh mein Gott! Kugel, ne Bäume. Schön. Ach, das stimmt. Die Mod war ja hier drin. Ja, genau. Die fand ich lustig. Die wollte ich mit drin haben. Genau. Also pass auf. Um das nochmal kurz zu vervollständigen. Wir haben uns ein paar Mods zusammengesucht. Haben uns die zusammengestellt. Wer die mitspielen möchte, diese Mod, ist auch im Twitch-Launcher, in der Twitch-App zu finden. Zu finden? Zu finden. Ja. Unter Day. Einfach nur nach Day suchen. Weil Minecraft Day hat Curse nicht eingenommen. Wahrscheinlich gab es das schon irgendwo. Keine Ahnung. Es heißt einfach nur Day. Nach Day suchen. Ich glaube, wir verlinken das, glaube ich, auch noch in der Videobeschreibung unten drin. Ja, können wir es sicherlich machen. Der kann das natürlich auch mitmachen. Der kann mit uns zusammenspielen. Es wird nach und nach, es sind erstmal nur so ein paar ausgewählte Dinge, es wird mit Sicherheit nach und nach Mod-Erweiterung geben. Das heißt, es gibt immer mal wieder irgendwelche Updates, die damit zukommen. Es ist halt nur nicht, dass sie heute oder morgen kommen, sondern bei Bedarf. Das wird dann irgendwelche Erweiterungen mal irgendwann irgendwie geben. Weil wir werden mit Sicherheit dann irgendwann an einem Punkt ankommen, wo wir die Mods durchgeeiert haben. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann wird es halt erweitert. Also das ist keine Frage. Die Frage ist, wollen wir am Anfang erklären, was es mit den Folgen-Nummern auf sich hat? Wir wollten das ja, glaube ich, anders benennen, oder? Und das kommt natürlich auch noch mit dazu. Und da gebe ich wieder unseren Sprachführer das Wort. Ja. Gerne, danke. Nicht unbedingt so leicht zu erklären. Eigentlich schon. So eigentlich schon. Eigentlich schon. Damit auch jeder Zuschauer ein bisschen zurechtkommt, weil wir haben ja doch mehrere Sichten, die hier vorhanden sind, haben wir uns überlegt, dass wir einfach sagen, hey, wir nehmen den Tag an dem man aufnimmt. Also heute zum Beispiel ist Tag 1. Seht ihr an der Folge normalerweise. Genau. Zeitpunkt der Aufnahme ist auch der erste Achte, muss man dazu sagen. Ja, genau. Also wir fangen wirklich monatsfrisch an. Dementsprechend ist heute Tag 1. Genau. Und so dementsprechend wird der Server-Tag immer genannt, damit man weiß, ja, oh, das ist der und der Stand ungefähr. Dass ihr ein bisschen mehr Überblick habt. Wir dürfen ein paar Tage im Voraus aufnehmen und schießen mich tot. Aber so im Grunde, wenn ihr lest Tag 1 oder Tag 47, da sieht es überall bei jedem ähnlich aus. Nicht gleich, sondern ähnlich. Wenn man halt mal durch die Stadt läuft, dass man dann auch eben die anderen nicht spoilert zum Beispiel. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Also dass man halt so den relativ identischen Stand hat. Genau. Auch wenn mal einer jetzt mal so eine Woche nicht, keine Folge bringt, sondern erst in der nächsten Woche wieder was bringt, weil er auf dem Klo eingeschlafen ist oder was, keine Ahnung. Und kam halt nicht dazu, solche Sachen halt. Genau. Nicht, dass ihr halt verwirrt seid, warum man Tag 1 bringt und dann auf einmal Tag 3 bringt und jeder fragt, wo ist diese Folge geblieben dazwischen. Ich hab's da nicht. Ja, natürlich eine normale Folgenummerierung darf jeder auch noch mit einfolgen mit Nummer 1, 2 und 3. Ist ja egal. Hauptsache, die Tage sind mit drin. Wie gesagt, dass ihr als Zuschauer wisst, wie wann die Folge halt entstanden ist, damit ihr mehr Übersicht habt, wie es aussehen muss oder wie es aussieht eben. Ich komm gerade irgendwie nicht auf den Punkt. Es tut mir leid. Wird dunkel. Ich hab gerade ein bisschen geschaut, wie man die Minimap umstellt, aber ich hab nichts gefunden. Da muss ich mal nochmal nachgucken, nachher im Internet oder so. Die Minimap umstellt. Oh, gezaubert? Ich hab die halt so hässlich-eckig jetzt. Ja, ist blöd. Müsste eine Zusatzoption irgendwo sein oder eine Taste. Ja, es müsste eine Taste sein, weil vor kurzem war sie noch rund. Achso, die war noch rund. Weg, weg, weg. Gehst du weg? Wer geht weg? Oh, ist... Verfolgt dich die Kuh schon wieder? Nee, ja, so ähnlich. Ähm, es ist die Frage, bleiben wir hier irgendwo? Gehen wir woanders hin? Oder... Ja, das ist die Frage. Wir machen das mit den Bauorten, wer geht wohin, ja. Ja, ich würde sagen... Können wir uns oder trennen wir uns nicht? Wir können uns gerne ein Stück trennen. Ich würde aber nicht sagen, allzu weit? Es soll ja auch eine Stadt werden. Ja, genau. Nicht Dorf leben. Ja, genau. Es soll irgendwo früher oder später eine Stadt werden. Ein bisschen Zusammenhalt auf jeden Fall, aber wir müssen jetzt nicht aufeinander hocken. Dann lasst uns doch irgendwo hierbleiben. Die Frage ist halt, wollen wir direkt bei der Wüste bleiben? Oder... Hier haben wir ein Wüstenbiom. Da hinten haben wir Bäume ohne Ende. Also hier in der Gegend ist es eigentlich schon schön. Vor allem, weil es schön nach dem Spawnpunkt ist. Genau. Gut, den kann man zwar umsetzen, aber wer will das schon? Ich nicht. Ich finde es mit Shortcut. Keepindings, Journeymap for Minecraft. Ich gucke jetzt mal ganz eben fix. Jo, mach. Zoom out, zoom out, open fullscreen map. Ach, um was man vielleicht noch mal erzählen sollte, bevor sich die Leute wundern. Wir haben alle entschieden, wir haben keine Lust auf große Kistensysteme. Dementsprechend haben wir uns gesagt, okay, weil es am Anfang so viel Zeit rausnimmt, haben wir ein MB-System von Anfang an. Deswegen hat man hier im Grunde schon diese Sachen. Was aber nicht heißt, dass wir auch die Archivements davon schon haben. Das heißt, wir haben nur ein MB-System mit einer 64K-Storage-Cell, also die größtmögliche, die es gibt. Nee, ich glaube, es gibt eine größere. Oder gibt es noch eine 128? Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, was wir reingeladen haben. Mod-Aufzählung und so weiter mache ich wahrscheinlich noch mal nachträglich in die Beschreibung mit rein, auf der Twitch-App, dass man das noch mal sieht, welche Mods da drin sind. Ansonsten einfach auf der Twitch-App. Das Mod-Pack-Suchen, da ist eigentlich alles drin. Ja, doch, die 64K ist die größte. Ich dachte, ich hätte noch eine größere mit drin gehabt. Ich meine, das wären die Erweiterungen gewesen und die Erweiterungen haben wir nicht rein von Applied Energy Stacks. Das könnte sein, aber da kann man später auch noch mal drüber nachdenken, ob wir die mit reinnehmen. Was wir auch nicht haben, ist tatsächlich... Zeit. Genau. Kühe. Doch, haben wir hier. Alles klar. Nein. Sag schon mal, die Smaltery haben wir nicht mit drin. Also, falls irgendwie einer sagt, mach doch hier so eine Level-Waffe oder sowas. Nein, haben wir nicht mit drin. Entweder noch nicht oder vielleicht auch gar nicht. Mal gucken. Ja, werden wir alles so nach und nach rausfinden, ob wir es brauchen, ob wir es nicht brauchen. Ist auch das erste Mod-Paket, was ich zusammengeklöppelt habe, muss man ja auch sagen. Ich habe eine Birne gefunden. Du hast eine... Eine Birne gefunden. Wo hast denn die denn hier? Ein Baum. Ein Baum, wollte ich was sagen? Das ist zum Beispiel auch Kohlrabi. Hat Kohlrabi? Das ist Pam's Harvestcraft. Das ist ein Winze. Und Brombeer und Knoblauch. Ich werde mich hier mal räumlich niederlassen, wenn es okay ist. Also, was haben wir jetzt platzmäßig gesagt? Einfach irgendwo hin und wo man bauen will, baut mal oder was? Ja, genau. So in der Nähe und alles. Schon ein bisschen. Du bist nur ganz hingegangen. Dann gehe ich, ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Ich sehe dich, ich sehe Julio und ich sehe Poppie, aber ich sehe keinen Mg. Ich sehe dich auch nicht. Ja, ich sehe dich durch den Westen gegangen. Genau. Also, ich werde mich hinhäuslich niederlassen. Da, wo Shiro schon am kloppen war eben. Also, ich finde den Fluss schön anschlaulich. Anschlaulich. Ja, schlaulich. Ja, ich habe, ich habe das Sprechen schon wieder verlernt. Ich habe einen Berg gefunden. Ich gehe nicht einbuddeln. Ja, da gehe ich einbuddeln. Ich werde... Ich werde... Was ist jetzt mit der Menü? Jetzt ist die vier eckig. Ich weiß es nicht. Was drückst du auch wieder rum? Hier auf der Wiese bleiben. Ich mache mal jetzt, weil vielleicht geht dann... Nee, unwahrscheinlich. Oder zum Meer. Ist das Meer oder ist das ein See? Äh, was meinst du denn? Das ist, glaube ich, ein Meer. Meer See. Oh ja, ich gehe zum Meer See. Da kann man mehr sehen. Oh ja, hier gehe ich hin. Ich gehe zum Wasser. Das ist ein blauer Blümchen. Blauer Blümchen? Blauer Blümchen, toll. Was ist das da? Blauer Flower. Oh, was ist das? Das ist so... E-Durian oder so? Wow, ich habe ein... Eine Birne gefunden. Bin da auf, Mann. Schon eine halbe Ewigkeit her, wo ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Oh ja. Bei mir ist es eine Ewigkeit her. Bei mir ein paar Wochen, Monate. Jahre. Nee, nicht ganz, tatsächlich. Ich habe mich irgendwann mal an so einem Parcours versucht. Oh ja. Vor einem Jahr. Ganz rein ohne... Hast du einen Schluck auf, oder was war das eben? Meinst du Spirale, Schnecke? Ich hatte eine Spirale. Diese wunderschöne Map. Puh. War so toll. Ich muss echt mal gucken, ob von Dropper was Neues rausgekommen ist in der ganzen Zeit, wo ich kein Minecraft mehr gespielt habe. Ich habe die Dropper-Maps geliebt und gehasst gleichzeitig. Dann läuft es ja. Wenn man das im E-System jetzt aufstellt, mit welchem Werkzeug kann man das dann später wieder abbauen? Eine Vrench. Ach, das heißt, ich kann die jetzt nicht einfach hinstellen? Deswegen! Du brauchst eine, ich glaube, Minimum eine Eisenachse. Okay. Du brauchst so Minimum, glaube ich. Deswegen habe ich sie noch nicht abgebaut. Du kannst auch eine Wunden-Range machen mit zwei Holzblöcken und zwei Stöcken. Wollte ich gerade sagen. Ach so, okay. Irgendeine Range musst du auf jeden Fall machen. Ach so, du kannst... Es ist... Alles mit drin. Wir haben vorgedacht. So mehr oder weniger. Jetzt packt meine Map halt total. Jetzt zeigt die halt noch nicht mal anständig was an. Wirklich? Was hast du jetzt angestellt? Ja, nix. Weil meine Map auch... Oh, kaputt. Meine Map auch nur irgendwas Dunkles zeigt. Ja. Du rennst so... Dimension Overworld? Ich glaube, ich sollte für das bessere Verständnis nicht auf Englisch stellen. Ich habe sie nicht mal auf Deutsch umgestellt. Schön. Ich mache immer auf Deutsch. Oh Gott, ich hasse diese Baum... Baum-Mod jetzt schon. Schümmere mich. Ey, da hast du so einen großen Baum und der... Oh, nee. Der kugelt halt. Ich finde es schön. Ja, super. Ich finde es klasse. Es ist ein bisschen realistischer. Ja. Ja. Klassiker. Darf ich dich beschweren? Ich habe mein ME-System bekommen. Das ist ja auf meinen Lust gewachsen. Aha. Frau wieder. Danke. Bitte. Spare ich mir 80 Milliarden Kisten? Yeah. Woo. Es ist halt irgendwie wirklich so, wenn ich an Minecraft denke und neu anfange, muss ich halt immer dran denken, da stellt sie diese eine obligatorische Kiste hin. Diese Scheißdreckkiste. Wo alles reinkommt. Da fliegt alles rein und die bleibt auch bis zum Schluss des Projekts irgendwie dort stehen. Und das Schlimme ist, die eine Scheißkiste reicht dann am Ende nicht mehr aus und du machst dann da zwei Kisten draus und dann machst du drei Kisten draus. Also Doppelkisten, ich rede jetzt von Doppelkisten. Und am Ende sind es irgendwie erst mal 20 Doppelkisten, bis du das ME-System kriegen kannst. Und dann hast du irgendwann mal so, dass du irgendwas suchst und gehst dann fünf Folgen farmen, nur damit dir dann Zuschauer in die Kommentare schreibt, aber in der einen Kiste da oben rechts und dann zwei nach links und zwei nach unten, da war das doch drin. Hattest du das nicht gesehen, du doof Mann? Ja. War doch klar offensichtlich. Ich fühl das so. Das kennt jeder, der mal irgendwie Minecraft gemacht hat über längere Zeit. Es ist wirklich so. Und das Lustige ist, wenn du aufnimmst und das bespielst, dann hast du da eine ganz andere Betrachtung, einen ganz anderen Blick für, als die Leute, die einfach nur zu Hause zurückgelehnt sitzen und zuschauen. Oh ja. Das ist tatsächlich so. Oder was auch cool ist, die Zuschauer, wenn du in der Höhle gelaufen bist, so, du hast Minute 6, 43, ein Dia übersehen. Man hat das mit einem Text genauer Karten. Aber wohlgemerkt, du bist da am Rumlaufen und weißt eh schon nicht, bis du wieder zurückkommst und, ja, komm da wieder hin. Ja. Mach mal alles. Da ist ein Dia. Nimm den fucking Dia mit. Weißt du dir sowas nicht? So, irgendwer kann mir jetzt mal erklären, wie dieses ME-System aufgebaut wird. Das hab ich dir schon mal erklärt. Du kannst auch bei mir vorbeikommen und kannst dir angucken, kannst dir ins Screenshot machen, kannst du aufbauen. Und so wie ich Poppy kenne, hast du dir auch schon aufgestellt. Handy, nee, in der Tat nicht, in der Tat buddle ich erst noch und mach mir eine schöne Platform. Platform? Platform. Ihr kennt sich sogar mit Platform. Ihr müsst aber dran denken, dass euer ME-System nur tagsüber funktioniert, ne? Nee, nee, die Solarzelle ist groß genug, dass die auch nachts gut speist. Hab ich extra ausprobiert. Ja, draußen. Es sollte schon Tageslicht sein, ja. Ja, momentan musst du dann unten auch mit Tageslicht arbeiten. Du kannst aber später Stromleitungen verlegen, damit du die Solarzelle draußen hinparken kannst. Ja, musst du dann einen Generator natürlich bauen, musst du ja zusehen, dass du entsprechend Strom generierst. Wahrscheinlich am sinnvollsten halt auch noch ein Stromreservoir machst sozusagen. Reservoir? Das ist eine Solarzelle Stufe 3. Hatte ich schon gesehen. Ja, ein bisschen speichert. Kicken! Kicken! Hallo? Ich will jetzt nicht sagen, was ich gerade jetzt verstanden habe, ne? Ja. Ich habe dasselbe verstanden, aber ich kann aus Erfahrung sprechen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Aus Erfahrung. Wow. Ich will es nicht sagen. Wenn sie das wirklich sagen würde, würde sie anders klingen. Die sind ja nun auch jugendfrei, ne? Ist ja nicht so. Hier hat einer Magenprobleme. Irgendwer hat hier Magenprobleme. Wo bist du denn? Was hängt denn hier an den Bäumen? Ich gehe einfach zu meiner Kuh. Ah, meine Kuh. Da ist sie. Was hängt denn hier vom Baum? Wo bist du denn? Ach, da unten seid ihr, ihr Alten. Ich dachte, um ehrlich zu sein, ich hätte eine Kuh gebraucht. Die Pop-Kuh. Da hieß das jetzt, damit man weiß, dass ich hier baue. Ich mache einfach jetzt erstmal einen Zaun oder so. Bau halt ein Schild hin. Wir sind ja auch schon so viele. Ich meine, ich sage nicht so, dass ich jetzt nie meinen eigenen Baupflanzen habe. Ich gehe jetzt straight dann, wenn du bist, um das da zu bauen. Nee? Wir können aber auch gut abzäunen. In Gottes Namen. Das kriegen wir hin. Ich kenne ja nicht alles. Du bist auch am Wasser. Oh mein Gott. Kannst du nur. Genau. So, damit ich in meiner ersten Folge auch noch was zeige, außer dass ich buddele, baue ich natürlich in meiner ersten Folge erstmal ein ME-System provisorisch auf. Warte, warte. Auf. Komm gucken. Wo bist du? Also, das heißt, ich klatsche mir jetzt erste Mal ein. Ich mache das überhaupt nicht. Nö. Warum? Bitte. Danke. Auf was denn? Achso, wegen ME-System oder wie? Ich wollte es doch erklären. Schnicke, du warst doch bei mir in der Nähe. Wo ist er denn? Ich wollte es doch einfach nur erklären. Also pass auf. Ich setze den ME-Controller hin. Auf den ME-Controller knalle ich das Solarpanel. Dann hat er Strom, der ME-Controller. Daneben setze ich das ME-Drive neben den ME-Controller, damit das ME-Drive Strom vom Controller bekommt. Genau. In das Drive setze ich meine Storage-Cell. Das heißt, ich klicke das Drive mit der rechten Maustaste an, öffne das Menü, schiebe die Weicherkarte oder das Ketter da rein und dann leuchtet die grün. Das heißt, die hat Strom. Dann klemme ich mein ME-Glaskabel an den ME-Controller an und daran knalle ich das ME-Crafting-Terminal. Dann habe ich ein Tadam im E-System. Sie müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Und dann kann ich meinen ganzen Scheiß da reinlegen und habe wieder ein löses Inventar. Ich werde verfolgt. Von was? Wenn du in die Richtung läufst, ne? Ja. Sei vorsichtig, da ist eine Höhle, da kann man einfach reinlaufen. Da ist einfach ein Riesenloch. Cool. Ist immer schön in Löcher zu laufen. So, was mache ich denn hier? Ich renne hier gerade rum wie Falschgeld. Boah, ich mache meinen Mann wieder alle Ehren. Wieso? Ich mache jetzt einfach erst von der Hässe. Ist das eine Schnitte? So. Bummige Dinge. Solarzelle drauf. Dann links neben Storage, ne? So, weil das nicht verstanden ist. Oder rechts oder wie auch immer. Oder rechts oder wie auch immer. Völlig egal, genau. Dann das Kabel. Genau dran. Und dann daran das Panel. Und dann das Panel. Wenn ich mich verbau, habe ich ein Problem, weil dann brauche ich erst eine Axt oder wie? Geil. Ne, eine Ranch. Du kannst, du kannst, ich habe festgestellt, du kannst auch mit der Stone Pickaxe abbauen. Okay. Ohne, dass irgendwas kaputt geht. Wenn irgendwas kaputt geht, in Gottes Namen, ihr kriegt die Bauteile wieder. Genau, ihr müsst nur farmen. Oder lieb, bitte, bitte sagen. Lieb? Okay, da kann ich es vergessen. Okay. Wenn es so bald schon ist. Boah, wisst ihr, was wir noch für eine Mod drauf gebraucht hätten? Was denn? Jetzt kommt. Ich schubs das automatisch nach, wenn ich den Stack aufgebraucht habe, Mod. Ah, Inventory Tweaks. Ja, genau das. Können wir nachrüsten. Ist kein Thema. Gibt's ein Update? Was ist denn hier für ein komisches Gebilde? Müssen wir da was machen oder updatet sich das von alleine? Das updatet sich nicht von alleine. Ihr müsst das Update dann in eurer Twitch-App, sobald verfügbar, dann eben aktualisieren lassen. Dann kriegen wir wahrscheinlich so eine Chat-Meldung, so ein neues Update, bla bla bla. Mal so eine komische Frage. Wieso liegt hier Obsidian auf offener Erde? Nebenrum Kies und Stein. Weil da Lava war? Nein. Es sieht nicht nach Lava aus. Nicht mal ansatzweise. Da hätte Lava schon regnen müssen. Keine Ahnung. Ah ja, seltsam. Es regnen müssen. Schiro, du bist da, wo du jetzt gerade bist. Das ist deine Base? Ja. Bist du also mal eine direkte Nachbarin? Oh, das heißt, das ist Onkel Poppy, dann kommt ich und dann kommt Jule. Wir sind fast in der Linie. Jülchen ist rechts von dir? Ja. Ah, lol. Dann lauf ich mal. Mal zu mir bitte, ich krieg das hier nicht hin. Wo bist du denn? Am Spawn. Wo ist denn der Spawn? Schnicke! Da wo wir gestartet sind. Komm Richtung Westen, komm zu mir. Ich weiß doch gar nicht, wo du gestartet bist. Warte mal, ich versuche mal zu dir zu kommen. Ich hab mich gerade gewundert, warum ich aus Holz zu wenig Sachen craften kann, wie es mir eingefallen ist, weil wenn ich eine Workbench aufstelle und in der Workbench... Hey Schnicke! Das find ich gut. Wie hast du das geschafft, dass du das Terminal auf den Boden stellst? Ich krieg das hin. Warte. Ich helf dir mal kurz. Admin, bist du da oder was? Ja, ja, ich bin dort. Dann können wir den Weg ja sparen. Ich helf dir mal kurz. Was man hier drauf platzieren kann, muss man mit dem Umschalter drücken. So, so geht's. Warte mal. Und jetzt? Und da die Diskette reinschieben unten. Das ist keine Diskette, was du in der Hand hast. Guck mal, was ich in der Hand hab. Guck mal. Das und das hab ich noch. Mehr hab ich nicht mehr. Ja, aber du brauchst die Diskette. Das erste. Wieso sind hier Spinnbeben am Bauen? Ich hab keine Diskette. Du hattest zwei Sachen. Das hab ich und das zerlegt. Ach, du hast das Ding zerlegt. Du musst das Ding zusammen craften. Das auch noch. Ja, du hast es zerlegt. Haben wir die Mock mit drauf? Wir haben noch keine Extremmobs hier drauf. Nee, normal nicht, oder? Wenn wir jemand räumen, klingt so nach diesen Spinnen. Oh, warte mal. Jetzt wird's ja dann Nacht und dann kommen ja Viecher und ach, du Schiff. Ja. Es wird nicht Nacht. Ja. So, haben wir gemacht. Lass es dann Nacht werden. Nee, jetzt erst mal nicht. Das können wir dann irgendwann, wenn wir mal so ein bisschen erweitert sind. So die zweite Folge oder so können wir machen, brauchen wir zu essen. Aber, ich würd mal sagen, wir sind schon sehr gut drüber von der Zeit. Wie würd ich das sagen? Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ich hab ein ME-System gebaut. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich mein, jeder hat ein ME-System mittlerweile. Das ist so ein gutes Ende für die erste Folge. Hey, jeder hat's nervös. Okay, ich komm zu dir. Oh, dann sag das doch. Ich will's eh noch nicht aufbauen. Ach, jetzt kommst du so. Ah, okay. So. Kann man jetzt abmod? Ja. Tschüss. Mach doch. Lass dich nicht aufhalten, oder? Lass mich aufhalten. Ja, wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Nicht nur mir, auch den anderen, die dabei waren. Und der Clou ist, wenn es euch nicht gefallen hat, gebt auch einen Daumen nach oben. Wäre auch cool. Könnt auch zu den anderen wechseln. Unten in der Videobeschreibung sind alle verlinkt. Ich hab eben Tee. Bin egal. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.